Hallo meine Freunde, willkommen zurück bei Battlefield 4. Weiterspielen, gerade Logo. Auf dem, naja, lidierten Schiff. Öff, mal aufstehen. Hör auf. Die Geräusche sind direkt vor uns. Verdammt, wo zum Teufel schlägen die? Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und über Lebenden? Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Verstanden, Sergeant? Von uns hingen mehrere zehntausend Leben ab. Nicht nur eine Handvoll. Selbst eine Handvoll zählt. Wir denken da anders. Denk, was du willst. Bewegung, verdammt. Das ist nicht mechanisch. Das sind Menschen. Ach, unser George Clooney verschnitten scheint ja sehr höflich zu sein. Wenn wir Leute sind, können wir sie nicht im Stich lassen. Das wäre nicht richtig. Ich weiß, Irish, ich weiß. Oh, so einmal jetzt so richtig schön. Da! Und Firefair. Aber ich glaube, dann käme ich höchstens vor das Kriegsgericht. So, was Mausekotun angeht, bin ich da nicht der Experte. Aber ob das nicht ist, ist es keine Ahnung. Das ganze Deck steht unter Wasser. Scheiße. Ich glaube, das Wasser steigt. Finde einen Weg da durch. Wir müssen die Hitte rausschaffen, bevor das Schiff untergeht. Ach, großartig. Sie läuft voll. Keine Angst, wir holen euch da raus. Das ist zur Seite, Marie. Scheiße, ist zugeschweißt. Das wird wohl nicht. Das ist auf. Die sind bereits tot. Gehen wir. Einen Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Was sollen wir? Selbst mit einem Schweißgerät würde das ganze neun Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich. Halte durch, Leute. Das ist kein Hörsticht. Bist du bescheuert? Scheiße, Irish, bleib cool. Tut mir leid. Geht wir los, los. Alter. So ein Wichser, das zahl ich ihm ein. Ja, aber hast du verdient, du kleiner Pferd. Wir müssen los. Die haben uns ja eingeschmerzt. Wir haben uns ja eingeschmerzt. Wir haben euch eingeschmerzt. Die haben uns eingeschmerzt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete ins Schild geschossen und es dann geändert? Ach, das ist doch sinnlos. Decker, ihr sollt weiter. Ich will hier nicht sterben. Nein, bitte. Sag meiner Mann. Sag meiner Mann. Ich kann doch so nicht sterben. Nicht in dieser Luft. Du Arschkrampe. Ja, musste mal gesagt werden. Bringen wir es hinter uns. In wenigen Minuten geht sie unter. Emergency use only. In wenigen Minuten geht sie unter. In dem ganzen südlich das ganze Schiff. Tolle Wurst. So. Einmal nehmen das gute Stück. Ja, habe ich. Was? Also los. Runter von diesem Rosthaufen. Oh, das ist einfach nicht in eine Kugel. Rück zur Mercury. Bestimmen. Was? Moment. Auf dein Signal, Rekker. Okay, dann mal los. Renn doch nicht in die Bombe, du Arschgesicht. Alter. Hier kommt Stimme rauf. Hier ist der Bär. Steppen rauf. Ui, ui, ui. Ah, da. Hab dich. Puh. Nachladen. Alter Pinne. Das war ein netter Empfang. Sollen wir zwischendurch auf die Zeit achten? Kovic, wie kommen wir am schnellsten raus? Einfach geradeaus. Aus dem Weg, ihr Schweine. Ja, haut ruhig ab, ihr Pisser. Blendenade. Der kommt. Granade. Ab ihn. Für euch. Spielzeug. Zulett. Achtung. Bewegung. Raus hier, schnell. Sagt der Arsch immer weiter geradeaus und ich renne geradewegs in mein Padern, oder wie? Oh, wie? Oh, wie? Was machst du? Ah. 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 Ey, ey, ey. Ich weiß. Das kommt zurück, ey. Ich weiß noch weg, ey. Ich weiß es, nicht klein, wie. gernifying. Ich weiß, ich sia nicht so. Darfst tyr 이렇게 verliehen. Kolleginnen. Anhörig. G говорил. Chiner, multiplicinsky. Chiner, diesmal überbelang. ceptionsatif. Oh, das hat er vielleicht gerade viel erledigt. Er hat jetzt erstmal Kopfschmerzen. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Mal gehen wir noch mal ein bisschen für die Skar. Alter. Alter. Ah, sehr schön. Nice Rücke vor. Fuck. Rücke Deckung. Hab ihn. Kommt zu uns. Huhuhuhu. Können wir jetzt hier bitte runter, bevor wir absaufen? Darauf stehe ich nicht so wirklich. Äh? Alter. Alter. Achso. Wo seid ihr? Ah, fuck. Da unten ist ein Vorfall, der erledigt. Ach, glaub mir, es kommt noch. Wo ist es? Ja, ich schätze mal schon. George Clooney ist verrückt. Also er hier zumindest. Alter, nee. Ey, er hat mich gefallen. Ich muss verraschen. Na dann. Ah. Ah. Auftauchen, Junge. Reisesboot. Alter, was für ein Fack. Alter, 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 Alter. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter. Einmal mit Boost. Aber erstmal noch ein paar Schmeinerledigen. Alter! Alter, Alter. What the fack? Ah! Was ist denn hier los, Perla? Aber ... Nein, ich will das! Hm? Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. aus dem weg Oh shit, wir werden sie auseinanderreißen, die schweine. Ja, nicht klar, es ist noch nicht vorbei. Ich würde ja gerne zum Schiff, aber irgendwie werde ich hier damit hochgehalten. Nein. So. Ah, nicht klar. Ja, ich fahre ja schon. Ich habe nur Wellengang. Oh, ich bin drin. 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 Barsch. Wir müssen zu garrisonen bevor es zu spät ist! Alter, ich finde er echt... Wollen wir mal das Schiff säubern? Wir haben hier Rachen am Board! Sehr viel! Wie seht ihr den? Alter, Hilfe! Hilfe! Äh... Aua! Headshot! Wie sehen unsere Punkte aus überhaupt? Ach, wir haben schon Gold! Geil! Wir sind auf dem ganzen Schiff! Die wollen uns alle umbringen! Wo ist Garrison? Wir haben seit 10 Minuten nichts von der Brücke gehört! Was ist mit den Leuten bei Garrison? Wen meinst du? Das chinesische Paar! Das Schiff ist doch voll von Chinesen! Scheiße! Wir müssen zur Brücke! Sofort! Ja! Josh Tooney hat Vorrang! Pass auf! Keine Ahnung, wer freut und wer feind ist! Ich mach mal den Türöffner! Da, kommt keiner da! Er speichert! Das ist schon mal ein gutes Zeichen! Moment! Hm-hm-hm... So, was nehmen wir denn mal? Ein leistungsstarker... Fahrzeugabwehrraketenwerfer. Raketenwerfer, Fahrzeuge, wieso? Geschwindigkeit, ja. Abwehr, Fahrzeuge, Sprungkopf, ja. Wir nehmen mal den. Und wir nehmen mal den. Und wir nehmen mal den. Und wir nehmen mal den. Ah. Na gut. Ja, dafür lasse ich erstmal alles bei. Klar, wir können nicht die Tür öffnen, muss ich wieder machen, ne? Logo. Oha. Granate. Ich liebe Granaten. Die mochte ich schon immer. Auch bei Killzone. Toll. Schön, wenn das alles kommt und ich musste nachlassen. Das hat... Ich durb doch. Ey, ich will dich. Komm her. Komm her. Komm her. Alter, das werden hier immer mehr. Das bringt ja gar kein Ende. Hier ist ein Nest. Mist. Mist. Tschüss. Alter, da kommen ja noch mehr. Er streckt dein Köpfchen raus. Alter, nein. Stopp. Nachschub. Nachschub. Ja. Und... Wir können auf die Krankenstation gehen. Mach's hier auf, Racker. Ja, dann machen wir das doch mal ganz easy. Ah, klar. Ihr könnt wieder keine Türen öffnen. Los. Ladies first. Hanna, Probleme. Riecht die Tür auf. Scheiß, packest du. Alter. Scheiß. Kann ich... Logikfehler. Wieso kann ich nicht einfach das Glas zerschießen? Meine Fresse kann nicht kämpfen. Wo zum Teufel ist er? Garrison hat ihn verlegt. Was? Das hast du zugelassen? Ihm ist egal, wer ich bin. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn bekämpfen? Ich hab die Verteidigungslinie gehalten. Ruf das Kommandodeck und frag Garrison, wo er ist. Auf dich wird er hören. Meine Güte, Hanna. Das Kommandodeck ist abgeschnitten. Sieh zu, dass du verschwindest. Auf geht's, Tumfdruck. Ich sichere. Du steckst voller Überraschung. Was, Hanna? Ja. Die hat die eiskalt niedergemäht. Also... Respekt. Oh, Alter. Reit. Hier ist wieder Stimmung. Warte mal. Wir haben ja neue Waffen gekriegt. Die Ska. SG. Das ist ja... Das ist der Ska ja wieder besser. Das M-Hüftfeuer ist besser. Dafür weniger Schaden und weniger Präzision. Aber ich mag Maschinen... Ja, Karabiner. Sturmgewehre sind mir allerdings lieber. Scharfschützen ist mir... So ein LMG wäre auch geil. So ein MG4. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Äh, nein, haben wir nicht. Was? Werden Sie in Deckung! Werden Sie in Deckung! Werden Sie in Deckung nutzen! Vorsicht nicht vorrücken! Verstanden, Deck! Leckung am Arsch. Ich hab's immer umgeguckt. Hey. Hey, da kriegst du auch mal um. Headshot. Ne, tue ich nicht. Ja, ich komm ja schon. Ich hab aber nix in der Arme, Junge. Okay. Oh oh. Hut da rum. Aoha. Es hat George Clooney erwischt. Achtung, Luftangriff. Let's see. Truffentransporter. Ausschalten, bevor sie sie absetzen können. Wir müssen verhindern, dass diese Wegstatt die Kommandosbrücke erreichen. Komm weg. Komm weg. Scheiße. Lade, 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 lade. Mein Gott, ey, lade, 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 lade. Zack. Schalt den Hubs vor mal um. Von Hilfe gepegt. Wiss hier noch einer. Wer reint für Ziele? es sind ja gar keine hände hier ich warte auf zielzuweisung Feindliche Rutsch, wir sind weg! Auf weg! Wir lassen an! Sind da gut? Okay, bereits auf Feier! Bereit zum Angriff! So! Granate! Einer erwischt! Ah, ich war recht, äh... Alter, ich bin rum! Guck mal, kann ich jetzt hier kommen? Okay, kann ich nicht? Okay, kann ich nicht. Ich dachte, wir werden zum Angriff! Okay, wir lassen uns fallen! Geil, das sieht doch gut aus. Den Haar schaum mal einer. So. Hallo. Aua. Wer schießt da? Ach, scheiße, ich hab keine Daten mehr. Tun stopp, Impensile. Kein Fall. Wecker, alles klar. Ich brauche mal ein Ding, wo man nie ran kann. Wir laden nach, Sekunde. Ich bin bereit. Gebt defensiv. Ich schieße. Scheiße, Garnate. Toll, so Muni. Den Out of Amor. Was denn der Misch-Tracker? Bunk ist gesichert. Das war der Letzte. Komm, muss man eben so Muni-Kiste. Leute. Komm gleich nach. Oh. Ach, die Scheiße. Wir sind ja eigentlich von ihrer Zeit. Naja. Ah. Wie geht sie? Okay. Scheiße. Verdammt der Scheiße. Gar nichts gut. Vermutlich ist alles da drin. Nimm's dir. Garrison hat dich kurz. Chang. Chang wird dich jagen. Du schließt im Mittelpunkt. Er muss überlegen. Marines. Marines sagen Garrison, dass er ihr Trauen passt. Sie sind lecker. Lecker. Übernimm die Führung. Los. 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 Wo gehen wir? Na los, auf geht's. Ich geh vorst, Matlida. Ich übernehme die Führung. Wir laden die Befehle. Die willst du rufen uns auf Garrison? Jetzt gibst du wieder die Befehle. Oho. Scheiße. Hey. Hat der mich nicht ernsthaft runtergekickt? Du Spacko. Und hier würde ich sagen, machen wir erstmal einen Cut. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber diesmal ohne George Clooney. Ihn hat's leider erwischt. Und ich bin jetzt ja wieder der Anführer. Also reißen wir wieder demnächst gepflegt Ärsche auf. Und bis dahin. Ciao.